Ich begrüße Sie wieder den zweifachen und am Tier den Deutschen Meister, das Rumble-Gruhl von Verbandlösen aus Deutschland am Rundgleich. In diesem Fall heißt das Programm der Verbandlösen My Play Birds 2, meine Flamme brennt blau. Das hört sich ein wenig skurril an. Die Originalmusik zu diesem Album hat auch ein sehr skurriler Mensch geschrieben, Elvis Costello. Elvis Costello ist neben Frank Zappa wohl einer der bekanntesten und nicht bekannten Musiker auf der Welt. Elvis Costello ist schon in vielen Genres zu Hause gewesen, Rock, Pop, Klassik. Er hat mit meinem Partner geschrieben, hat Grammys abgesagt, Soft Country Album hat er sich für ewig, hat mit dem Royal Philharmonic Orchestra live gespielt und hat in diesen Jahren sein Album My Pain Burns 2 herausgegeben. Ein interessantes Programm, wie die Wörter würden meinten, und haben dann gleich gedacht, das organisieren wir für die Show 2007. Das Drum Rock, das heißt, die Noten für das Basel Ensemble hat Ihnen ja der Jan Zemmela geschrieben. Das Drum Rock, also für das gesamte Schlagwerk, der hat Carsten Wacker. Erstmals für die Instrumente hier vorne, für die sogenannte Pit, hat das Programm die Susanne Kolbe geschrieben. Das ist die junge Dame, die jetzt hier an dieses Instrument geht. Und ja, ich kann nur sagen, bei den Stücken Hora Decubitus, The Club, The Soul and God Give Me Strength, wünsche ich gute Unterhaltung, freuen sich mit mir auf die Wörterlögen und der Leitung von Drum Major Thomas Lippmann. Applaus 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 Grand Major Thomas Hittmann, wir stehen vorbereitet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.